Moin Moin zu einer neuen Runde Trialsfusion mit dabei sind DaluCard, CrabSwan, Mek, Manus, Sachsen, Let's Player und Liquid. Hallo! Hallo Leute! Aus Hamburg. Wir haben einen verloren leider. Äh Viper, Pit Viper, komm noch mal! Nicht Rabbit? Ey Seth! Ey Leute! Ja? Jetzt ohne Scheiß, was? Könnt ihr auch mit Y? Könnt ihr auch mit Y? Wenn du Y beim Start machst, machst du einen Turbostart. Nein, könnt ihr mit Y auch Eicheln kaufen? Das ist ja die Premium-Werbung hier. Ey, oh die Scheiß, ich kann Eicheln kaufen mit Y? 50 Euro im Hinterhof. Oh Gott, Salto. Okay, ist in Ordnung. Oh nein, oh nein, die Strecke ist kaputt. Das waren Millionen Schaden. Ich glaube nicht. Da kaufe ich mir doch Eicheln. Was kann man mit Eicheln machen? Den Rayman zum Beispiel kaufen. Oh shit. Ah, jetzt warst du schon wieder Eicheln, ja? Ich hab schon wieder Eicheln gekauft. 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 Ach neul. Warum wartet ihr nie? Oh no! Ja, aber ich hab bei jedem... Vor allem, der hat geknackt! Ich hab aber bei jedem Sprung auch mit dem... mit dem rechten Stick so Tricks gemacht. Oh ne, bist du krass. Was ist der Typ für Sachen? Ey, du hau rein! Ey, du hau rein! Ey, er hat mit dem rechten Stick Sachen gemacht. Warum sich die Eichel häutet... Das hat ihr jetzt! Ja, wenn du da den falschen Trick machst, dann drehst du dich ganz dumm danach, ja. Er hat Tricks gemacht! Oh nein! Ja, krass! Oh! Er macht Tricks einfach so! Ey, sorry! Fuck, er ist mir schon wieder hingefallen! Äh, hopp! Er ist hart! Oh, hier ist es nicht hart wieder! Ui, ui! Einfach Tricks! Ooooooh! Mir läuft die Brüge in die Stirn runter, Alter, das gibt's gar nicht! Ich bin jetzt echt nicht warm, ey! Also ich musste mich auf jeden Fall mal meines Pullovers entledigen, ey! Pullovers du doch an? Jetzt ist doch noch nicht so... Da hast du noch nicht so lange gespielt! Hier, wer hab ich nicht mehr! Ich sitz hier ein schlimmer Lunge! Mit Facecam oder oben! Jetzt ist es hier! Crabz, sie ab! Noch Crabz! Vorm Rentner! Steven! Steven! Was? Der kommt jetzt gar nicht ins Ziel! Ach was, ernsthaft? Ach, Mann! Warum, für was ist dieser scheiß Absprung? Das geht nicht mehr! Ach ja, aber warum haben sie den Scheiß dann drin? Ich frag mich auch, ob man das nicht irgendwie einstellen kann! Es gibt bestimmt noch was, wo man im Wald fliegen muss oder so! Ach, Mann! Guck mal, ob wir mehr Punkte bekommen! Was ist das für Bullshit? Ich hab eben gewonnen, die zweite! Äh, Crabz, sag schnell! Äh, Roach! Roach und Pit Viper ist, glaub ich, ganz gut! Also für die... Ja, mit denen fährt man ganz gut! Dem was... Ja, das schaffen auch... Dann könnt ihr auch immer die Strecken mehr enden! Das schafft auch Randy! Erzähl! Denk dann... Vollgas! Ja, Vollgas! Direkt... Action! Läuft! Anders, warum steht da ne Eins in Klammern hinter deinem Darm? Weiß nicht! Vollgas! Am Anfang! Hab's dicke Worschtfinger, wenn du auf die Beine... Das Ding gekommen! Reki, wolltest du drücken! Ich hab Drix gemacht! Und... Ja! Ja, hier kommt mal die Strecken nochmal, ne? Der... Der Easy Mode! Nee, geht wieder! Nein, 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 nein! Wow! Dalu überholt! Jetzt du! Wow, wow, wow! Jetzt, 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 jetzt! Ah! Komm, schick knapp! Was? Bei mir... Bei mir war ich noch vorne, ey! Wie knapp bist du... Ich bin auf die Zeit gespannt! Wuuuh! Geile... Kannst du ihn am Ende! Ich bin auf die Zeit gespannt, ey! Das sieht geil aus mit dem Boot! Guck mal, die Zeit-crabs! Ja, Alter! Kunden dran führt, müssen easy Strecken sein, ey! Ja, sau easy! Und Vollgas! Ich bin ja dafür, dass du es mal rauskommst! Malos, jetzt aber! Am Anfang schon Meter gut machen! Eicheln kaufen! Hier kann man mal shoppen mit den Eicheln! Habt ihr auch alle dasselbe Bike genommen? Sieht doch, bei zwei Leuten sieht das doch nicht so aus! Ja, das sieht schon asser was anderem aus hier! Oh, shit! Viel zu weit! Oh, da sind aber schon ein paar! Aber das reicht trotzdem, weil du mega weit springst! Ja, ja, ja! Locker! Einfach easy ist das! Da nimmt er den Schwung komplett mit! Ja, Bullshit! Wie, Bullshit! Dann landest du auf der Rampe und das ist schlecht! Ja, das ist Bullshit! Wie, du? Was? Wie auf der Rampe? Hast du hingelegt? Wenn du, wenn du manchmal zu weit springst, dann landest du auf so einer, dann landest du auf dem Weg, wo es schon wieder nach oben geht und dann machst du ja wieder... Crabs soll auf der Linie stehen! Ah, Mann, ich hab's wieder verkackt hier! Ja! Vor Schluss! Ach, jep! Ich wollte da oben noch bleiben! Crabs rollt dann zurück! Was?! Ja, hast du dich gesehen bei Freifahrt? Ich bin doch einfach so in den Arsch! Ey, klar, trotzdem, Alter, tut mir leid, Manus! Oh, jetzt wird's echt schwer, ey! Manus, die easy strecken, ne? Was ist passiert? Ja, nix! Äh, das ist, äh, Manus! Manus sagt Donkey! Oh, nein! Die hatten wir schon, die hatten wir schon mit dem Donkey! Ja! Ehrlich, das macht sich besser! Wolltest du auch was gesagt? Was? Die hatten wir schon mit dem Donkey? Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt für eins hab, es wurde nichts gesagt! Doch, Donkey! Okay! Da sieht man den Sachsen, ey! Das ist voll nett! Boah, du bescheißt voll! Ja, ich hab nichts gehört! Doch! Alle rufen Donkey! Alle rufen Donkey! Alle rufen Donkey! Ja! Und Renni hat wieder mal... Egal! Komm, den Sachsen schieben wir am letzten! Ich wurde vorm Ziel! Ja, da kommst du doch gar nicht an! Leute! Ich komm zum Ziel, Junge! Boah, die zieht nie gesehen! So, erster Checkpoint! Der direkt hinterm Sprung, ja? Ja, 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 ja! Oh, dritter schon! Schon! Mittlerweile nur noch sechs Fahrer im Rennen! Nein! Aber dafür drehe ich jetzt auf! Jetzt... Jetzt drehe ich auf! Oh, das ist auf jeden Fall auch nicht meine Steckwissen vorm uns heute! Scheiße! Da dachte ich, ja, jetzt kannst du ganz gechillt Gas geben, denkst du bei dem Rad! Achse, fahr ruhig ins Ziel! Nee! Ach komm, jetzt ist doch Quatsch! Jetzt komm, wir überholen mich wenigstens! Ah, ich kann nicht stoppen! Ich kann nicht stoppen! Okay, doch! Hä? Ah, ist gut! Hast halt beschissen! Ja! Loll, Alter! Puh! Okay, vor Liquid und vor Grabs, das ist nice! Wenigstens nicht letzter! Oh, hier, Tricks machen! Oh, lol! Ernsthaft! Easy! Oh, Grabs! Was dann los? Ja! Wieder so hin! So hoch! Oh, Grabs! Oh, nein! Scheiße! So, hab ich Punkte gekriegt? Wow, du bist immer noch Sechster! Ja, wart deine letzte Runde ab, ne? Vor dir die große Klappers! Was? Jetzt werde ich dich weg-snacken! Ja, wirklich! Wie das auch so bei mir! Zweimal jetzt! Das gibt es nicht! Zweimal! Noch ein Checkpoint! Ich häng immer noch am Start! Du darfst nicht direkt Gas geben! Noch ein Checkpoint! Hab ich doch nicht! Nicht einmal! Bin einfach blöd gelaufen! Nein! Ich komm nicht! Nicht überm Baum, also überm Baum, wahrscheinlich! Und noch ein Checkpoint! Und... Noch ein Checkpoint! Wer ist vorne? Also außer der Sachse? Ich... Abs... Warte! Ich warte jetzt gleich auf Marmos, weil er wollte mich irgendwann nicht wechseln hätten! Wie jetzt vorne! Mein Rad steckt den Boden fest! Ich musste mich echt zurücksetzen! Jaja, das hatte schon klar! Das hatte schon klar! Jetzt sind Liquid und Dadelfroren! Oh, Leute! Oh! Aber Craps, warum hast du jetzt nicht trotzdem verloren? Weil ich gewartet habe! Ach komm! Du wolltest ja irgend so ein Ding machen! Du wolltest jetzt ein kriminelles Ding haben! Jetzt warte ich noch auf Kundra! Kundra, wo bist du denn? Neue Runde? Jaja, ich bin schon zur Zeit mal durch! Das Spiel hat gebackt! Jetzt komm! Buddyhopping! Ne, ich warte nicht! Ich hätte nur auf mich da rein! Noch mal Buddyhoppen! So, und jetzt guckt euch an, wo der Manus ist! Insgesamt! Einmal komplett ohne Punkte ist hart! So, pass auf jetzt! Fünfter, wow! Ist das geil? Das ist noch ne Strecke! Äh, Kundran! Panda, Panda! Panda kann kriegen! Panda ist geil! Panda ist geil! Panda ist geil! Panda war cool! Ja, Panda ist geil! Ja, Panda ist geil! Weißt du, was ist schade? Was findest du schade? Bei den anderen Trials gab's, wo du auch alle Spieler gesehen hast, wo du so nebeneinander gefördert bist! Gibt's hier auch Strecken! Gibt hier auch! Das liegt einfach daran, wenn du nur eine Fahrbahn sozusagen hast, dann siehst du nur dich selbst! Ja, das ist klar! Aber es gibt hier auch bei den, wie gesagt, es gibt fast 90.000 Custom Strecken! Waaaaat! Da ist noch ein bisschen was zu fahren! Okay, aber da sind auch solche dabei quasi! Da gibt's auch welche mit, mit mehreren Bahnen! Ja, ja! Okay! Äh, lol! Ah, wie sind alle! Äh! Oh nein! Ich ahne Schlimmes! Ich ahne auch gerade ganz Schlimmes! Achso! Vergiss das! Ach, lol! Du könnt einfach oben... Ach nee, ist das dumm! Wollt ihr oben lang oder was? Nein, aber ich hab's zweimal versucht! Alle wollten oben lang! Okay, hier muss man oben lang! Ja, bei dem einen geht's nicht unten! Ja! Oh nein! Ach, was?! Was?! Ey, Craps, du lakker! Direkt vorm Ziel! Ey, komm! Ey, ja! Jetzt müssen wir aufsprechen hier! Da sind sie! Direkt vorm Ziel, ey! Die ganze Zeit erst... Und dann... Gucken wir doch mal einmal alles zu! Ich hab den Sachse noch überholt! Ja, hab ich extra für dich gemacht, dass du nicht so ganz einsam bist! Ja, hast du nicht das bessere Moped jetzt genommen, ne? Nicht so einfach! Hehehehe! Sei zufrieden, dass du dich vorgelassen hast! Das wär's jetzt der Lutscher vom Dienst gewesen! Das ist ja auch so! Ich war das! Ich glaub, er ist wieder der Letzte! Ich glaub, er ist wieder der Letzte! Ich bin besser! Äh, du bist beschissen! Ich bin nicht beschissen! Ich bin nicht beschissen! Ich bin vom Letzte! Ich bin vom Letzte! Grafs kriegte ich nach der Runde jetzt! Grafs kriegt mich überhaupt nicht! Doch, mach er jetzt! Du bist am Ende! Naja, komm! Mach Wetten! 3... 12... Da wird doch keiner dagegen! Oh Gott! Aber schöne Landschaft, muss man lassen! Keiner dagegen, also, ja? Keiner vertraut in dem Manus! Man kann oben lang! Ja! Kann man oben! Kein Problem! Das heißt, nur schwimmen! Oh, what? Lass mich vor! Wie auch immer das da vorne ist! Nein! Nein! Lass! Du bist doch Info Manus! Du bist doch Info Manus! Er ist unten gefallen! Er ist unten gefallen! Ich hab ja gesagt! Ja, ja! Das war... Das hast du gesagt, als du schon lagst! Ach, boah! Ach komm, ihr seid echt... Ihr seid... Ach, komm ey, leck mich doch! Wer hat wohl die große Klappe gehabt? Wer hat wohl die große Klappe gehabt? Wer hat wohl die große Klappe gehabt? Ja! Kundrad! Ach, Mann! Ah! Ja, Manus, nicht schlecht, ne? Ja! Und da, wer wär's denn trotzdem? Kannst du jetzt mal bitte, Randy, den Knopf drinnen? Kannst du bitte? Ja! Halt die Frenze! Danke! Kundrad, du bist da! Ja, Leute! Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen da! Schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Und tschüss! Tschüss! Tschüss!